Hallo zusammen, hier ist wieder Heutsela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Us unterwegs. Und so wollen wir uns heute wieder ein kleines Achievement angucken. Und zwar ist es wieder ein Erkundungserfolg, der heißt nämlich Legende der Gezeitenweisen. Und da müssen wir insgesamt 8 Teile von der Legende quasi uns einmal angucken. Und ich würde sagen, wir klappern mal einen nach dem anderen ab. Ich habe mir da auch schon ein Makro für erstellt und wir haben jetzt hier die TomTom-Koordinaten quasi von allen Legenden einmal auf der Map. Also sprich, braucht ihr das Elton TomTom und dementsprechend das Makro, das ich euch in die Infobox packe. Beziehungsweise, das sind zwei Makros, ja. Oder ihr lauft halt einfach die Punkte so ab, wie es ich auch mache. So, wir fangen hier oben an und zwar bin ich den Fluss hier parallel hochgelaufen. Dann quasi habe ich ihn hier einmal gekreuzt und da fangen wir jetzt an. Denn wir müssen hier diesen kleinen Pfad hoch. Also ihr seht, bis dahin kann man ganz easy normal hinten von dem Weg laufen. Dann nehmen wir den Fluss drüber und dann haben wir quasi hier die erste Schriftrolle. Zack, da haben wir eins eingeheimst. Und ihr seht schon, ich habe die anderen beim Leveln schon gefunden. Also so krass versteckt sind die nicht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zur zweiten. So, dann sind wir hier oben bei der zweiten. Und zwar ist es hier bei 59, 59 oder 58, 58, je nachdem ein paar zerquetschte, haben wir hier oben die zweite Schriftrolle. Wie gesagt, ich brauche jetzt nicht zu allen die Koordinaten genau dazu sagen, weil ihr habt es ja eh im Makro nochmal einmal stehen, wie die genauen Koordinaten sind. Ja, Nummer 3 haben wir dann einfach hier an dem See liegen. Da kommt ihr ganz einfach hin, quasi einfach hier rumlaufen. Und dann liegt hier schon die dritte Schriftrolle. Hier nochmal für die Karte, also quasi hier oben direkt dran. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum vierten. Und zwar laufe ich gerade hier diese Insel hoch. Und seht ihr, also ich bin jetzt hier quasi da, wo die Höhle ist, einfach hier hoch. Und da oben müsste das Teil liegen. Ah, schaut, da haben wir es schon. Und dann müssten wir Nummer 4 haben. Und ich müsste auch meinen Achievement auch schon fertig haben. Ich werde euch die anderen aber trotzdem zeigen. Bei mir haben jetzt nur zwei gefehlt. Wahrscheinlich ist es bei euch auch so, dass ihr während dem Leveln und Questen schon einige eingeheimst habt. So, als nächstes machen wir dann weiter mit Nummer 6, weil das ein bisschen besser auf der Linie liegt. Und Nummer 5 werden wir dann quasi als nächstes machen. Und zwar laufen wir jetzt einmal, also sind wir einmal quasi hochgelaufen. Und hier schlängelt sich dann so ein Weg hoch, quasi neben der Mine, wie ihr hier seht. Hier ist die Mine und da müssen wir einmal uns hochschlängeln. Und dann müssten wir da oben zu der Not kommen, die ist nämlich relativ einfach zu erreichen. Und die, ja, wie ihr vorhin gesehen habt, Achievement habe ich schon. Also sprich, habe ich das anscheinend auch schon mal aufgemacht. Genau, also da haben wir Nummer 6. Und jetzt laufen wir rüber zu Nummer 5. So, dann kommen wir zu Nummer 5. Ihr seht, wir sind jetzt genau auf der anderen Seite. Also einfach hier den Weg hoch. Und dann ist es auch schon da oben, beziehungsweise hier ein bisschen außen und den Berg rumlaufen. Oh, da sind Leute am Kämpfen. Und da hinten ist dann quasi das nächste Teil. Und ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir jetzt gleich ohne Cut zum nächsten durch... Oh, da haben wir mal runtergeschmissen. Wir können nämlich hier einen Goblin-Gleiter nehmen und eigentlich relativ weit hier rüberfliegen. Und da haben wir nämlich dann auch schon Nummer 7 unten. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich komme. Ja, doch. Da müsste ich easy hinkommen. Naja, seht ihr. Goblin-Gleiter lohnen sich schon. Und zwar haben wir hier dann direkt die Nummer 7. Und dann würde ich sagen, starten wir durch zum letzten, zu Nummer 8. So, jetzt bin ich am letzten Punkt. Und zwar haben wir hier dann die 8. Schriftrolle. Und zwar bin ich hier oben. Vom Flugpunkt ist es nicht weit. Wenn ihr den nicht haben solltet, dann müsst ihr einmal hier quasi hochlaufen. Das ist eigentlich nur ein Weg. Also ihr könnt es kaum verkacken quasi. Bis ihr hier oben seid, den werde ich euch jetzt nicht zeigen. Das wird das Video unnötig strecken. Oder wenn ihr den Flugpunkt habt, einfach gerade rüberlaufen. Dann habt ihr hier quasi das Letzte. Ja, damit sind wir durch. Wir können den wunderbaren Ausblick hier noch ein wenig genießen. Und die fallenden Blätter. Und sonst, ja, wären wir am Ende mit dem Video. Achievement haben wir dann einmal eingeheimst. Und ja, damit wären wir fertig. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wir sehen uns dann gerne beim nächsten Video. Euer Teller. Bis dann. Ciao.